Wir sind hier in Jaisalmeer, einer Wüstenstadt, mitten in Vor. Wir haben hier einen tollen Ausblick auf die Stadt. Oh, da kommen schon die Getränke. Mitten auf der Burgmauer genießen wir gleich unser vollverliebtes Essen, denn heute Nachmittag kam ein wahnsinniger Sandsturm aus dem Nichts. Wie eine Wand, man konnte die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Moment, deine Lecker ist breit. Wir mussten in unser Zimmer flüchten, wir konnten wirklich gar nichts mehr sehen. Und dafür haben wir uns eine Belohnung verdient. Und ich habe hier vier inability zu steigen. Vielen Dank.